Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um folgende Frage. Können wir ein gutes Leben führen, ohne moralisch gut zu sein? Ich präsentiere euch eine Antwort und daraus wird sich eine neue Frage entwickeln. Die Antwort kommt in zwei Schritten. Schritt 1. Das gute Leben, das wir uns alle wünschen, ist ein Leben, in dem wir Glück, Zufriedenheit und Sinn erfahren. Meist geht es um das Gute für uns. Wie kann ich mein Leben für mich selbst günstig einrichten, fragen wir uns. Wo sollte ich auf meinen Vorteil achten? Wo kann ich etwas für mich tun? Und allzu restriktive moralische Vorschriften oder überzogene oder anstrengende ethische Ideale können dem eigenen guten Leben durchaus abträglich sein. Aus dieser ersten Hälfte der Antwort resultiert das Fazit. Einerseits können wir natürlich ein gutes Leben führen, ohne moralisch gut zu sein. Wie gesagt, manchmal gibt es auch eine restriktive Moral, die uns vielleicht auch an der Entfaltung und an unserem Glück hindert. Schritt 2 der Antwort ist das Andererseits. Andererseits ist uns aber klar, dass etwa sehr ungerechte Verhältnisse, in denen wir gesamtgesellschaftlich leben, unser gutes Leben verderben. Selbst wenn wir selbst nicht darunter zu leiden haben. Offensichtlich wollen wir in unserem guten Leben auch in einer guten Welt leben. Es geht uns nicht nur um unseren eigenen Vorteil. Hinzu kommt, dass wir aus Erfahrung wissen, wie beglückend es sein kann, Gutes zu tun. Es heißt ja auch im Sprichwort, geben ist seliger als nehmen. Auch das gute Gewissen ist hier wichtig. Denn echte Schuldgefühle passen nicht zu unserem Wunsch nach einem guten Leben. Das gute Selbst gehört also auch zu unserem guten Leben. Nicht nur unsere Freuden und unser Vorteil, für die wir clever sorgen mögen. Aus diesem zweiten Schritt folgt das Fazit andererseits. Auch ein gutes Leben wird erst dann zu einem richtig guten Leben, wenn wir in einer Welt voll Gerechtigkeit, Herzensgüte und Liebe leben. Also wenn wir die beiden Zustände vergleichen, clever für uns sorgen, nicht zu viel Moral und falsche Ideale. Und auf der anderen Seite zusätzlich noch ein richtig gerechtes und gutes Leben in einer gerechten und guten Welt. Dann würden wir letztlich doch die zweite Alternative leben erwählen. Und es bedeutet, dass zu einem richtig guten Leben doch das moralisch Gutsein gehört. Und jetzt möchte ich dieses Fazit, nämlich auch ein gutes Leben wird erst zu einem richtig guten Leben, wenn wir in einer Welt voll Gerechtigkeit, Herzensgüte und Liebe leben. Dieses Fazit möchte ich zum Ausgangspunkt nehmen, um euch zu zeigen, wie aus dieser Überlegung eine ganz neue Frage entsteht. Denn wir haben ja jetzt das Kriterium für das gute Leben, dass da die Moral vorkommen soll, dass es uns gut tut. Und dieses Kriterium, dass uns Moral gut tut, ist zwar was Schönes, aber es reicht nicht aus, um Moral zu begründen. Deswegen frage ich, reicht dieser Satz aus, um zu begründen, dass wir moralisch gut sein sollen? Nein, denn es geht dabei allzu sehr um uns selbst. Wiederum nein, denn die Begründung dafür, dass wir moralisch gut sein sollen, geschieht hier nur aus einem menschlichen Gefühl, nämlich unserem eigenen Gutgehen. Jedoch, das moralische Sollen muss aus sich selbst heraus gelten. Wir sehen ein, dass wir etwas Bestimmtes tun sollen, weil wir verpflichtet sind, es zu tun, nicht nur, weil es uns gut tut oder auch egal, ob es uns gut tut oder schlecht tut. Ein Beispiel dazu. Wir sind spät dran auf dem Weg zu einem wichtigen Termin. Da werden wir einzige Zeugen eines schweren Fahrradunfalls. Uns ist sofort klar, hier müssen wir helfen. Es kommt auf uns an. Auch wenn wir unseren wichtigen Termin dabei verpassen. Das ist ein moralisches Sollen, das nichts zu tun hat mit unserem Gutgehen. Deswegen entsteht jetzt die neue Frage aus dieser ganzen Überlegung. Wie lässt sich besser begründen, dass wir moralisch handeln sollen? Besser als über unser privates Gutgehen. Das ist eine neue philosophische Frage, die aus der Überschrift und der heutigen Frage sich von selbst ergibt. Die Take-home-Message. Können wir ein gutes Leben führen, ohne moralisch gut zu sein? Ja, einerseits auf jeden Fall. Wir müssen einfach das tun, was uns gut tut. Nein, andererseits, noch besser wird unser Leben, wenn wir versuchen, uns für gute Verhältnisse einzusetzen, wenn wir das Gute tun. Auch das ist etwas, was uns gut tut und zum guten Leben dazu gehört. Daraus ergibt sich aber die Frage, dieser Satz reicht ja noch nicht aus, um zu begründen, weshalb wir moralisch handeln sollen, weil es einfach nur um unser Wohlfühlen geht und nicht um eine moralische Verpflichtung. Deswegen ist die neue Frage, die sich jetzt ergibt, sie lautet, wie lässt sich besser begründen, dass wir moralisch handeln sollen? Können wir ein gutes Leben führen, ohne moralisch gut zu sein? Ich habe euch eine Antwort präsentiert und gezeigt, wie aus dieser Antwort eine ganz neue Frage sich entwickelt. Und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.